Altweiber 11.11 Uhr, die Jecken sind los! Traditionell versammelten sich zur tollen Stunde wieder zahlreiche Karnevalsfans und Feierfreudige am Oberhausener Altmarkt, um sich auf die Karnevalstage einzustimmen und den Sturm aufs Rathaus vorzubereiten. Auch beim größten Oberhausener Karnevalsumzug durch Alt-Oberhausen herrschte tolle Stimmung. Mit Schirmen bewaffnet trotzten die großen und kleinen Narren dem schlechten Wetter. Rund 95.000 Zuschauer waren der Einladung von Stadtprinz Clemens II. gefolgt und bejubelten die Wagen, Kapellen und Fußgruppen.